So, wir sind hier zurück zur dritten Folge PewDiePieStyper Simulator Und die B ist schon, ich bin kurz vor Level 5 Ähm, bei 5 kriege ich eine Belohnung Und danach bin ich schon bald bei der 5000 Abonniert Punkt Ja, das spielen wir schon mit Puggets bis das fertig ist Gut Gut Oh, genau, das ist ein paar Das ist ein paar Kann ich schon wiederholen? Oh Was machst du denn? Ja gut, dann was machst du dran? Ja, traurig. Das gibt's hier noch nicht. So, machen wir da. Ja, 75 hab ich's gesammelt. Bei 5000 können wir auch endlich... ...zwei Mitglieder. Auf der gleichen Zeit. Aber in der Zeit verpacken wir immer alles. Okay. Ja. Ja. Das Busch da hinten. Ja. Das geht da hinten. Das passt nachher hin. Das passt nachher hin. Und dann die Puzzle. Und... schade. 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 Ähm... Ach so, ich muss das abschließen. Ach so, ich muss das abschließen. Jo, ich hab den längeren Stream gemacht. den Gang jetzt immer noch verbessern. Und sonst können wir noch machen. Da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ciao. Ja. Ja.